Hi Leute, hier ist High Carb Christian und mit diesem Video möchte ich mich bei unserer Bundesumweltministerin Frau Barbara Hendricks dafür bedanken, dass sie, wie ich erfreulicherweise lesen durfte, hat anordnen lassen, dass Gästen ihres Hauses bei offiziellen Veranstaltungen kein Fleisch oder Fisch mehr serviert wird. Und für die von euch, die vielleicht neu sind, sind hier einige der Gründe, warum Fleisch überhaupt nicht umweltfreundlich ist und warum das eine absolut richtige Entscheidung war. Fleisch zerstört den Regenwald. In den letzten 40 Jahren wurden ungefähr 40% des Weltregenwaldes abgeholzt, vor allem für Weideflächen, aber auch für Felder, für landwirtschaftliche Nutzflächen, um dort Soja und Getreide anzubauen. Das ist nicht das Soja oder das Getreide, was denn die Veganer mit ihren Haferflocken oder mit ihrem Tofu essen, sondern das Soja geht zu 90% in die Tierfutterindustrie, vor allem für westliche Betriebe in westlichen Ländern oder zu 50% geht das Getreide auch in die Tierfutterindustrie. Dementsprechend, wenn wir mehr Fleisch essen oder wenn man auch in China mehr Fleisch isst, muss man ja irgendwo das Futter für die Tiere herbekommen und dafür wird dann oft der Regenwald abgeholzt, weil es billig ist. Fleisch verschwendet und verschmutzt das Trinkwasser. Hinter der Produktion von einem Kilo Fleisch stehen bis zu 15.500 Liter Wasser. Das ist laut der Liste, die ich finden durfte, nur noch von Schokolade getoppt und ist unfassbar viel höher als so ziemlich jedes pflanzliche Produkt, bis auf Schokolade. Das Wasser geht natürlich erstmal drauf für die Pflanzen, die angebaut werden müssen, denn Tiere sind ja auch relativ, wie soll man sagen, ineffizient darin, Pflanzen zu veredeln, wie es so schön heißt. Also aus 7 Kilo Getreide wird 1 Kilo Fleisch so ungefähr. Das heißt, die Pflanzen müssen bewässert werden, die Tiere essen die Pflanzen, die Tiere müssen selber was trinken. Der Schlachtprozess ist auch unfassbar wasserintensiv, das Ganze muss ja gereinigt werden und sowas. Und da kommen dann astronomische Summen Wasser zusammen. 1 Kilo Fleisch essen ist ungefähr die Menge an Wasser, die man verbrauchen würde, wenn man jeden Tag duscht. Ein komplettes Jahr lang. Und 1 Kilo Fleisch hat man schnell mal zusammen. Pflanzen hingegen sind in der Regel sehr, sehr viel wassersparsamer. Kartoffeln verbrauchen zum Beispiel nur an die 300 Liter Wasser pro Kilo. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Kartoffeln haben auch nicht so viele Kalorien. Sie haben aber nicht 52 mal weniger Kalorien, denn sie verbrauchen 52 mal weniger Wasser. Zudem leben die ganzen Tiere ja und was lebt, produziert Ausscheidungen. Und Tiere bzw. Schweine im Konkreten verbrauchen oder produzieren dreimal so viele Ausscheidungen wie alle Menschen in Deutschland. Also es geht nur um die Schweine, die in Deutschland geschlachtet werden. Das sind, glaube ich, 60 Millionen im Jahr oder so. Und das hat zur Folge, dass das nicht alles rausgefiltert werden kann. Dass das in den USA zum Beispiel in so riesigen Auffangbecken gelagert wird, die dann auch mal bei einem Hurricane oder so bersten. Und die ganze Scheiße, die hochtoxisch ist, überschwemmt dann alles. Und in Deutschland haben wir auch das Problem, dass im Umkreis von vielen Schlachtereien oder Schlachtbetrieben die Nitratwerte im Wasser so hoch sind, dass das Wasser nicht mehr trinkbar ist. Dementsprechend ist es nicht nur so, dass das Wasser da irgendwo anders verschmutzt wird, sondern das passiert auch ganz konkret hier bei uns in Deutschland. Fleisch trägt massiv zum Klimawandel bei. Mindestens 18 Prozent, einige Studien sagen bis zu 51 Prozent aller menschlich verursachten Treibhausgase, es geht also nicht um die Gesamtheit aller Treibhausgase, sondern nur die menschlich verursachten, sind der Tiernutzung zuzuschreiben. Und das ist mehr als der komplette Transportsektor. Das heißt, streng genommen ist es wahrscheinlich sogar klimafreundlicher zu fliegen als Fleisch zu essen. Das Problem ist nämlich, dass Fleisch nicht nur CO2 verursacht, sondern auch Methan oder Lachgas und die sind viel, viel klimaschädlicher. Und Methan entsteht zum Beispiel sehr viel im Magen von Wiederkäuern. Also Kühn zum Beispiel. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Faktenlage zum Thema Fleisch- und Klimawandel oder Fleisch- und Klima allgemein. Nein, so ziemlich jedes Institut, das sich irgendwie seriös mit den Ursachen von Klima beschäftigt, kommt zu dem Schluss, dass es besser ist, auf Fleisch zu verzichten, dass es besser ist, vegetarisch oder sogar vegan zu leben. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es nicht möglich ist, ein Umweltschützer im wahrsten Sinne des Wortes zu sein und gleichzeitig Fleisch zu essen. Das ist ungefähr so, als würde man der Papst sein und man würde nicht beten. Nein, das geht einfach nicht. Man muss der Wahrheit ins Auge sehen und sehen, dass Sachen, die man macht, die man im täglichen Leben macht, die man vielleicht auch mag, nicht das Beste für diesen Planeten sind. Wenn ihr Tipps dazu haben wollt, wie man ohne Fleisch leben kann, guckt auf meinem Kanal, guckt auf anderen veganen Kanälen hier auf YouTube oder auch meinetwegen auf vegetarischen Kanälen, wobei vegan ist doch besser fürs Klima. Und wenn ihr meine Videos toll findet, dann abonniert mich hier bei der Bubble und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute!